Ich bin der Jens, Leiter der Gruppe intelligente Systeme in der Abteilung Bildsensorik. In meiner Gruppe beschäftigen wir uns mit Bildanalyse, genauer gesagt mit Gesichtsanalyse. Das heißt, wir bestimmen in Bildern und Videos Alter, Geschlecht und Emotion oder Gesichtsausdruck von Personen. Und was mir an meiner Arbeit Spaß macht, ist, dass diese Technologien in der Praxis in die Anwendung kommen, dass viele Industriepartner diese Technologie auch tatsächlich nutzen.